Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreichter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Bindermalag so nicht nur behindert! Das hat den Gehnen nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan! Und jahrelang alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verräter mit dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Mit dem Feld sind in einem Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Und wenn sie eine Anlauf in sich durch den Berlin verlassen, dürfen sie sich gewaltig werden! Mehr jahre ich mir mit dem Kuchen in den Kuchen! Lohren sie, was sie wollen! Bis zum nächsten Mal.